Wem steht es besser? Dieses Kleid ist ein echter Jahreszeiten-Allrounder und bei den jungen Prinzessinnen ganz hoch im Kurs. Sowohl Prinzessin Amalia der Niederlande als auch Belgiens Prinzessin Eleonore sind große Fans des Designerkleids. Beim traditionellen Weihnachtskonzert im königlichen Schloss in Brüssel zeigt sich die belgische Königsfamilie in feierlichen Looks. Zu diesem Anlass entscheidet sich das jüngste Kind von Königin Mathilde und König Philipp für ein schwarzes Kleid mit Blumenprint der Designerin Diane von Fürstenberg, schon lange ein Lieblingslabel ihrer Mutter. Die 14-Jährige kombiniert der Jahreszeit entsprechend geschlossene schwarze Ballerinas zu dem Kleid. Und bei genauerem Hinsehen fällt auf, es scheint als hätte Eleonore den Look bei einer anderen royalen Dame abgeguckt, denn bereits im Sommer präsentiert sich Amalia der Niederlande in dem Dress mit filigranem Schmuck und leichten Sandaletten während einer Fotosession mit ihrer Familie in Den Haag. Beide Prinzessinnen glänzen in dem Kleid auf ihre ganz eigene Art und Weise.